Hallo und herzlich willkommen zu, ich möchte es an dieser Stelle so formulieren, einer weiteren Lesung mit Patricia Camarata, die ein weiteres Buch herausgebracht hat zu einem weiteren wichtigen Thema und dazu heißen wir sie heute und euch auch herzlich willkommen. Hallo und guten Abend, Patricia Camarata. Hallo. Es ist fast alles wie immer, kann man fast schon sagen, wir zwei sitzen zusammen in einem Raum und auch relativ eng beieinander, nicht weil wir verrückt sind, sondern weil wir eh einen Haushalt haben, das heißt Kontaktbeschränkungen gelten für uns nicht und deswegen können wir uns gegenseitig moderieren und vorlesen und dieses Video findet auf YouTube statt und während es stattfindet, könnt ihr auch sozusagen bei der Premiere live dabei sein und auch Fragen in den Chat stellen. Und Patricia, die hier im Bild zu sehen ist, wird auf magische Art und Weise währenddessen auch dort im Chat zu schreiben sein. Und zwar so. Und zwar freihändig, ich werde sie das machen. So, damit genug der Vorrede, du bist, man muss dich vielleicht vorsichtshalber Loch vorstellen, du bist Patricia Camarata, Diplom-Psychologin. Weiß man heutzutage noch, was ein Diplom ist? Nee, ich vergesse, ich vergesse, also ich vergesse immer zwei Sachen bei Anmoderation. Einmal ist der Superlativ von einer Spiele-Webseite, wo eine Freundin slash Kollegin arbeitet und die richtige Bezeichnung deiner Erwerbsarbeit, die ist IT-System-Managerin. Service-Managerin. Fast. Nächstes Mal, beim nächsten Buch. Ich schreibe noch ein paar Bücher. Ich wollte gerade sagen, beim nächsten Mal, war es wieder richtig. Und du bist eben Buchautorin. Ja. Vor allem. Du hast auch einen Blog. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ab wann sich das aufwiegt sozusagen. Du hast ja seit sehr vielen Jahren einen Blog, du hast aber mittlerweile auch drei Bücher. Ich weiß nicht, bist du dann eher Buchautorin oder eher Bloggerin? Ich bin kein Fan von Oder. Ich bin ein großer Fan von beidem. Nee, aber Autorin ist okay, wenn du nur fünf Zeichen hast, eine Autorin. Nee, 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 nee. Das war eigentlich gar nicht die Frage, sondern die Frage eher der Priorisierung. Du bist natürlich beides, aber was steht vorne? Im Moment des Autorinnen-Seins. Im Moment des Autorinnen-Seins. Und das aktuelle Buch, das schon erschienen ist, aber noch nicht so lange ist, Raus aus der Mental-Load-Falle. Und wenn man Patricia kennt und ihr folgt auf dasnuf.de, auf dasnuf bei Instagram, auf dasnuf bei Twitter, dann weiß man unter Umständen schon, was sie dahinter verbirgt. Für die alle anderen vielleicht noch ganz kurz mal erklärt. Also der Untertitel ist, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt. Hier liegen Leute auf dem Fußboden und sehen so aus, als würden sie an der Frau dranhängen. Was ist Mental-Load? Das ist mein Stichwort, oder? Das ist dein Stichwort. Das ist nämlich eine Lesung. Ja. Und da würde ich doch glatt mal was aus diesem Buch vorlesen, zu der Frage, was ist Mental-Load? Sehr gut. Denn das Witzige am Thema Mental-Load ist, Frauen muss man in der Regel gar nicht erklären, was Mental-Load ist. Es reicht eigentlich, dass man sich einige, wenige Schlagworte oder Beispiele zuwirft. Diese unendliche To-Do-Liste, die ständig vor sich hin rattert, auch wenn du abends auf dem Sofa sitzt, die es dir schwer macht, einzuschlafen, die dich morgens vor dem Weckerklingeln hochschrecken lässt, das ist Mental-Load. Alles klar verstanden, geht mir auch so. Wusste nur nicht, dass es dafür einen Namen gibt. Für Frauen, egal ob mit oder ohne Kinder, ist Mental-Load normal. Es gehört irgendwie zum Frausein für alles im Haushalt, in der Beziehung und bezogen auf die Kinder verantwortlich zu sein. Viele Männer, die das erste Mal von dem Begriff Mental-Load hören, haben ein großes Fragezeichen im Kopf. Was ist denn bitte das schon wieder? Und ein bisschen haben sie ja recht. Das Phänomen Mental-Load gab es eigentlich schon immer. Lediglich der Name ist neu. Wer in den frühen 2000er Jahren Fernsehen gesehen hat, fern gesehen hat, der kennt sogar schon ein Musterbeispiel für Mental-Load. Da beschreibt die Firma Vorwerk ganz hervorragend das Phänomen, indem sie aus einer Hausfrau und Mutter einfach eine Familienmanagerin macht. Erinnert ihr euch? Im besagten Werbespot wird eine Hausfrau und Mutter auf einer Cocktailparty schnippisch gefragt. Und? Was machen sie so beruflich? Die angesprochene Frau sagt, äh, ich. Und dann sieht man in den folgenden 30 Sekunden, wie sie morgens den Mann verabschiedet, während sie in der Küche zeitgleich drei Kinder versorgt. Sie schmeißt einen Kindergeburtstag, hilft einem Kind bei den Hausaufgaben, putzt, telefoniert, kümmert sich darum, dass die Kinder wettermäßig angezogen sind, pflegt, ein krankes Kind, bügelt, während die Kinder um sie herum spielen, um sich dann abends gemeinsam mit dem Mann und den Kindern aufs Sofa fallen zu latzen. Sie setzt nochmal an und sagt selbstbewusst, ich führe ein sehr erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Und die Fragen des Schaut pikiert. Damit ist Mental Load ziemlich gut getroffen, denn es werden die drei wichtigsten Facetten gezeigt. Die sichtbaren und vor allem unsichtbaren Aufgaben, die es rund um die Familie zu erledigen gibt, der Umstand, dass alles auf einer Person lastet und dass es in der Regel ziemlich wenig Wertschätzung für diesen Job gibt. Jetzt springe ich ein ganz kleines Stück. Dabei sind viele dieser Aufgaben auch mit großem emotionalen Druck verbunden. Auf Instagram beschreibt Lea Scheidel, die als Frau Lea übrigens auch eine Folgeempfehlung ist, sinngemäß, was noch alles dazu gehört. Die Angst, ob man einen Kindergartenplatz bekommt, der Druck zu entscheiden, ob man bei bestimmten Symptomen zum Arzt geht oder noch wartet, die Entscheidung, ab wann man zufüttert und die Frage, was und ob das wirklich richtig ist, die Verantwortung, immer die richtigen Medikamente in der Hausapotheke zu haben, falls mal was passiert. Genau, und darum geht es jetzt noch ein bisschen länger. Da finde ich es eben besonders wichtig, dass es nicht nur um die Sachebene in solchen Themen gibt, sondern man sucht ja nicht irgendeinen Betreuungsplatz für die Kinder, sondern eben einen, wo die Kinder sich wohlfühlen, wo man die gerne hingibt, wo man weiß, die können sich da gut entwickeln, sind gut betreut, geliebt im besten Fall. Und da ist eben dieses, was wir vielleicht später noch kriegen, locker machen nicht ganz so einfach. Aber wenn du jetzt sagst, nur die Sachebene, das heißt auch, dass es also nicht nur die Entscheidung treffen und die Kriterien für die Entscheidung raussuchen, sondern auch im Kopf haben, dass die Entscheidung getroffen werden muss. Und die Verantwortung dafür zu haben. Also es fällt ja viel leichter, wenn… Also wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Das auch, aber tatsächlich, wenn dann auch mal Sachen schief gehen und gerade bei solchen Sachen sorgt man sich ja sehr, dann fällt es auf einen alleine zurück. Und das macht das eben so beschwerlich. Mental load ist im Grunde nicht an ein bestimmtes Geschlecht gebunden. In den heteronormativen Durchschnittsfamilien tragen dennoch vor allem Frauen den Mental load. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es sich in homosexuellen Beziehungen zunächst ein wenig anders verhält. Denn da bestätigen Studien laut New York Times, dass schwule und lesbische Paare unbezahlte Arbeit auf gerechte Weise untereinander aufteilen. Sie haben keine althergebrachten Geschlechterrollen, auf die sie zurückgreifen können und sie fühlen sich mehr der Gleichberechtigung verpflichtet, was ja auch völlig logisch klingt. Doch kommen Kinder in diese Beziehung, kommt es auch hier zu einem Ungleichgewicht. Denn das Paar teilt sich dann die Rollen eher klassisch ein. Einer wird dann ein finanzieller Versorger der Familie und der oder die andere kümmert sich um Haushalt und Kinder. Und letztere trägt dann den Großteil des Mental loads. In einem anderen Artikel der New York Times ist zu lesen, und das ist nicht immer geschlechterbasiert, Die Forschung mit gleichgeschlechtlichen Paaren hat gezeigt, dass eine Person in der Beziehung mehr zu Hause und weniger im Beruf tut, wenn sie erst mal Kinder haben. Die Krux scheint also darin zu liegen, dass sich die PartnerInnen nach der Geburt des ersten Kindes auf eine Aufgabe spezialisieren. Und das liegt daran, dass ursprünglich eben der Gedanke von maximaler Effizienz zugrunde liegt. Jeder hat seine festen Aufgaben. Ganz klassisch ist es so, dass Männer hauptsächlich finanzielle Versorger und Frauen eben diejenigen sind, die Haushalt und Kinder übernehmen und in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Partnern stehen, weil sie nicht gleichzeitig ein eigenes Einkommen generieren konnten. Diese Verhältnisse lösen sich mit den verbesserten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel dem Bildungsniveau der Frauen und der Kinderbetreuungsmöglichkeiten, zunehmend auf. Und so kommt es, dass sich Beziehungen vor allem nach der Geburt des ersten Kindes in den letzten Jahren für Frauen zunehmend ungerecht anfühlen. Also liegt eben daran, dass man nicht mehr in diesem Abhängigkeitsverhältnis steht. Und ganz wichtig, die Geburt eines Kindes hat einen stark retraditionalisierenden Effekt auf Paare, egal eben, ob sie homo- oder heterosexuell sind, was dazu führt, dass Mental Load eben selten geteilt wird. Und dann noch, wenn ich darf, eine kleine Stelle zu der Statistik, weil ich höre dann eben ganz oft Leute protestieren, die sagen, ja, aber wir teilen uns das eigentlich alles ziemlich gut. Und das kann im Einzelfall natürlich auch so sein. Aber die Statistik sagt eben was anderes. Eine Ungleichverteilung von familiärer Arbeitszeit gibt es in allen Lebensmodellen, egal wer von beiden, wie viel oder überhaupt zusätzlich erwerbstätig ist. Selbst da, wo beide Partner gleich viele Stunden erwerbstätig sind. Problemlos könnte ich an dieser Stelle ein ganzes Zahlenkapitel einfügen, das diesen Umstand belegt. Egal, welche Studie man anschaut, Frauen engagieren sich bei der unbezahlten Sorgearbeit mehr. Diese umfasst unter anderem sämtliche Arbeiten im Haus und Garten, die Pflege und Betreuung von Kindern und Erwachsenen sowie ehrenamtliches Engagement. Lediglich die durchschnittlichen, Minutenangaben weichen in den unterschiedlichen Studien voneinander ab. Diese Schieflage ist als Gender-Care-Gap bekannt. Den Seiten des Familienministeriums kann man zum Beispiel entnehmen, Frauen wenden pro Tag im Durchschnitt 52,4 Prozent mehr für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Wobei die genaue Ungleichverteilung je nach Alter und Lebenssituation variiert. Und da habe ich mich besonders gut abgeholt gefühlt. Die geschlechterbezogene Lücke ist in Paarhaushalten mit Kindern unter sechs Jahren besonders groß. Also Vergangenheit bei uns, aber war so auch fühlbar. Besonders skurrile Auswüchse kann das in Beziehungen, in denen die Frau Vollzeit arbeitet und deutlich mehr Geld verdient als ihr Partner annehmen. Hier engagiert sie sich sogar überproportional stark im Haushalt, denn sie hat a. ein schlechtes Gewissen ihrem Mann gegenüber, weil sie ja so viel mehr verdient. Und das ist schließlich eine Männerdomäne. Und b. verlangen die Lebensumstände erst, dass dem Mann die degradierende Hausarbeit zugemutet wird. Ich möchte diese Stelle kurz einschieben, wenn du sagst, das war in der Vergangenheit bei uns auch so. Ich bin erst viel später dazu gekommen, zu der Familie, die jetzt deine Familie ist. Sozusagen war damals noch nicht dabei. Verwirrend. Genau, ich will noch kurz einschieben, weil die Frage auch in sozialen Medien auch schon immer wieder kam. Du hast schon gesagt, also deine Perspektive ist schon die einer heteronormativen Beziehung. Aber homosexuelle Paare sind, hast du gerade schon vorgelesen, auch betroffen. Schließt das aus, dass Alleinerziehende dein Buch lesen oder Menschen, die gar keine Kinder haben? Jein, also es würde ich getrennt beantworten. Menschen, die keine Kinder haben, für die ist das Buch auf jeden Fall auch was. Es könnte sein, weil die Beispiele sind sehr familienlastig, dass das so ein bisschen auf die Nerven geht. Aber Frauen ohne Kinder kennen eben diese Phänomene, dass der Partner irgendwie sich daran gewöhnt hat, dass die Frau weiß, wann die eigene Mutter Geburtstag hat, welche Blumen sie mag. Dass das Seifenreservoir im Bad nie leer geht etc. Die Pflanzen nie sterben, obwohl die nie gegossen werden. Also insofern, glaube ich, ist das für Frauen oder Familien ohne Kinder durchaus ein Thema. Und auch die Mechanismen sind dieselben. Bei den Alleinerziehenden ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Hälfte, würde ich sagen, der Lösungen im Buch basiert ja schon darauf, dass man eine zweite Person hat, mit der man Mental Load und auch die To-Dos teilen kann. Und wenn es die nicht gibt, dann ist es natürlich irgendwie schwierig. Aber das hat eine Leserin so nett geschrieben, die alleinerziehend ist, vielleicht ja nicht für immer. Also ist es vielleicht eine Prävention, dass wenn man sagt, jetzt ist eine Beziehung nicht so toll gelaufen und vielleicht war einer der Gründe auch diese Ungleichverteilung der Verantwortung und der Arbeiten, kann es sein, dass das Buch einfach hilft, dass man das nächste Mal weiß, worauf man sich einlässt. Das heißt also die einzige Personengruppe, die keine direkte Anwendbarkeit hat, ist Singles, aber die könnte es dann trotzdem lesen, um zu verstehen, was bei ihren Paarfreunden vor sich geht. Und auch hier, vielleicht wird ja später nochmal alles anders. Also ein Buch für jedermann und jeder Frau. Ja, es ist ein Präventionsbuch auch. Und das muss man auch dazu sagen, es ist ja nicht ein Buch, was beschreibt, was Mental Load ist. Also ich durfte ja sozusagen deine Reise begleiten und der Aha-Effekt ist immer sehr groß im Sinne von, wenn du erzählst, was hinter dem Konzept steckt, dass dann oftmals als Reaktion kommt, ach krass, jetzt habe ich einen Namen dafür, für diese Überlastung, wenn man es alles denkt und so weiter und so fort. Aber nur ein kleiner Teil des Buches ist das Erklären dessen, was die Mental Load-Falle ist. Und der Rest ist der Grund, warum es an Platz 1, der Amazon-Bestseller-Liste, für IT-Projektmanagement steht. Und Frauenkarrieren. Und Frauenkarrieren. Ja, das ist immer ein bisschen bizarr. Nee, es geht mir vor allem um Lösungen. Also ich habe ja 2018 diesen Vortrag über Mental Load auf dem Female Future Force Day gehalten und war dann wirklich total überwältigt von den ganzen Reaktionen. Und dann wurde viel auch geschrieben über die ganzen Facetten von Mental Load. Aber ich habe mich dann irgendwann gefragt, was kann man denn eigentlich dagegen tun? Hatte schon so eine eigene Idee eben übertragen aus dem IT-Projektmanagement, weil auch da, also Mental Load ist ja Projektmanagement. Und im Beruf würde man nie davon ausgehen, dass man das noch on top macht zu den Aufgaben. Also Projektumsetzung und Projektmanagement, alles auf einer Stelle, da würden sich alle an den Kopf fassen. Deswegen war für mich naheliegend, dass man in die Richtung guckt, wie kann man das denn organisieren? Aber es gab eben insgesamt wenig Lösungen. Und ich habe mir dann vorgenommen und habe das auch umgesetzt, ein Buch zu schreiben, was eben kurz und knackig erklärt, was ist Mental Load, auch mit dem Zusatz. Das ist keine quasi, man kann es nicht komplett trennen von den To-dos. Deswegen ist ja der untertitelgerechte Arbeitsteilung. Es geht auch natürlich um die Verteilung der Aufgaben in der Familie. Aber da halten wir uns eben nicht so lange auf, sondern es geht darum, wenn es ein Ungleichgewicht gibt, was kann man denn dagegen tun? Und was kann man dagegen tun? Viel. Können Sie dieses 222 Seiten lange dicke Buch kurz und zwei Sätzen zusammenfassen? Ja, natürlich. Nein. Aber, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, es gibt ja, wie eigentlich in allen Lebensthemen, es gibt ganz viele Familienkonstellationen und dementsprechend gibt es auch ganz viele Lösungen. Und ich versuche auch da, einen großen Blumenstrauß an Lösungen irgendwie anzubieten, damit man sich das rauspacken kann, was für einen eben am besten umsetzbar ist. Aber das ganz Grundlegende ist erst mal, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Das heißt, es gibt ja immer so eine Einschätzung von Paaren, wie ist denn prozentual unsere Verteilung der Arbeitslast? Und da geht man sozusagen los und schreibt erst mal alle To-Dos auf. Und dann ist aber der Clou, dass man nicht bei den Sachen, bei den Themen sozusagen bleibt und die einfach durchzählt, sondern die entscheidende Spalte dahinter ist, wer denkt dran und wer initiiert es. Und dann auch noch, wie oft kommt das in der Woche vor? Und wenn man mag, wie lange dauert das? Also ich mag Excel-Tabellen total gerne. Viele finden das super unromantisch, das gerade bezogen auf Beziehungen zu machen. Die sagen, warum soll man denn da aufrechnen? Ich finde, es geht überhaupt gar nicht ums Aufrechnen, sondern einfach um erst mal Transparenz, um so einen Startpunkt zu finden. Wo gehen wir denn da los? Und da ist es eben wirklich erhellend, weil auch hier die Statistik plötzlich dieses Ungleichgewicht in den allermeisten Fällen zeigt. Und es eine geschlechtstypische Verteilung von Aufgaben gibt. Sprich, Frauen machen eher Dinge, die sehr häufig im Alltag vorkommen, die eher so ein bisschen dröge sind, weil die sich immer wiederholen, die dann auch noch eine feste Deadline haben. Also das Kind um 17 Uhr vom Kindergarten abholen, muss halt sein, weil der macht zu. Oder eben Essen kochen, kann man ja auch nicht sagen, komm, lass ich heute ausfallen. Und Männer machen eher Dinge, die seltener vorkommen. Auto zum TÜV bringen, Rasen mähen, Batterien im Rauchmelder auswechseln, Backups, wenn man die nicht automatisiert hat. Macht Backups, egal was macht. Und das sind natürlich auch Sachen, wo man eben diesen Druck nicht so stark hat, weil klar, das muss dann alle zwei Jahre passieren oder wenn das Ding piept, dann ist der Druck vielleicht doch höher. Aber es ist eben nicht eigentlich wirklich so, dass du es jetzt machen musst, weil das Kind da steht und dich anguckt und sagt jetzt, aber sonst muss ich mich auf den Boden werfen. Ist das der, also um uns nochmal ganz akzeptiert zu sagen, wir reden hier immer vom Klischee. Es gibt ja ganz viele sozusagen, es gibt auch immer andere Dinge, also vielleicht Leute, die sich damit total wohl fühlen und es nie anfassen wollen oder vielleicht Menschen, wo es anders läuft oder wo die Frauenverteilung Mann-Frau vielleicht in seltensten Fällen nochmal umgedreht ist. Aber jetzt bei dem Klischee-Mann, den du gerade beschrieben hast. Es ist nicht Klischee, es ist schon Statistik. Also ich versuche auch immer, das mit Studien zu belegen. Okay, beim Durchschnittsmann also. Beim Durchschnittsmann, wenn man diese Excel-Tabelle macht, ist das der Punkt, wo dann klar wird, sie hätte einfach mal was sagen sollen, dass das nicht der Punkt ist? Was? Sie hätte mal was sagen sollen? Naja, also wenn ich es bis jetzt richtig verstanden habe, ist Mental Jota sozusagen, da geht es ja nicht um die Aufgaben, die erfüllt werden müssen, sondern ums Dran Denken an die Aufgaben. So, und das ist ja, dieser Bruchpunkt ist ja, also eine typische Reaktion, wenn einem jemand was vorgeworfen wird, dass man was hätte machen sollen, ist ja die Frage, ja, warum hast du denn nichts gesagt? Und ich stelle mir vor, weil du jetzt gerade über diese Excel-Tabelle gesagt hast, wo dann der Punkt ist, wer denkt denn dran und wer initiiert das, dass an der Stelle erst sozusagen wirklich sichtbar wird, dass, warum hast du denn nichts gesagt, den Punkt eben verfehlt als Frage, weil es ja genau darum geht, wer daran denkt. Genau, und ich glaube auch, dass unsere gelernten Muster so sind, dass man darüber eben nicht spricht, was man alles macht. Und das ist mir auch ganz wichtig, es geht überhaupt gar nicht um Schuld oder so, auch wenn man schon im Konflikt ist, sondern es geht um Transparenz. Und in der Regel hat eben sowohl, haben die Männer als auch die Frauen, so Dinge, die man einfach schon immer macht. Ja, also wenn ich Workshops halte und ich erzähle von den Filtern in Waschmaschinen oder Flusen sieben, die Waschmaschinen ja auch haben, dann haben oft Frauen große Augen und sagen, ach so, das gibt es da auch, das kennt man vielleicht aus der Spülmaschine, aber eben in der Waschmaschine ist das wirklich so eine Männerdomäne, diesen Schlabber da rauszuholen und die letzten drei Münzstücke und weiß ich nicht, was man da findet. Also es gibt auf beiden Seiten diese Dinge, die man einfach aus irgendwelchen Gründen schon immer gemacht hat, nie darüber spricht und die dann in Summe einfach, also weil die eine Sache alleine und auch zehn Sachen sind nicht die Belastung, sondern einfach die Summe und dass es immer mehr wird und dass auch quasi die Komplexität explodiert, wenn man Kinder hat. Sollte noch eine Leseprobe kommen, oder? Nein. Nein. Ich bin völlig verwirrt. Nee, genau. Ich wollte mich mit dir eigentlich darüber unterhalten, weil wir es ja auch machen und praktizieren und der praktische Teil nach diesem Aufschlag ist ja die Wochenbesprechung. Ah, die Wochenbesprechung. Die macht man wann? Jede Woche einmal, würde ich vermuten. Ja, genau. Wie wir damit angefangen haben, habe ich dich ja zum Beispiel auch gebeten, dass das deine Verantwortung ist, dass es nicht mein Mental Load ist, diese Wochenbesprechung zu initiieren. Das war auch wirklich nötig und wir haben es in der Praxis ja tatsächlich auch öfter noch, dass du das dann ansagst und ich sage, ich bin echt zu erschöpftes Grinchen und dann hast du sozusagen den Mental Load, das nachzuhalten. Aber, also, ich will nur so ein bisschen Realität in diese, wie man es idealerweise macht, irgendwie reinbringen. So eine Wochenbesprechung ist eben total wichtig, um dann das Konkrete zu planen, Gewohnheiten zu entwickeln, wiederkehrende Muster zu erkennen, Verantwortlichkeiten auch zu verteilen, da zum Beispiel den Essensplan reinmachen, die ganzen Termine der Kinder reinmachen, den eigenen Kalender mit zu besprechen und das wiederum nimmt dann auch wieder so eine Komplexität an, dass man eben gut Tools benutzen kann. Da gab es auf Twitter gerade so eine schöne Diskussion, ob das nicht eigentlich ekelhaft ist, dass Familienleben mittlerweile so optimiert werden muss, dass man Tools benutzen muss und ob das nicht eigentlich viel schöner ist, wenn man das nicht macht. Und dazu kann ich nur sagen, nein. Weil auch da geht es um Transparenz und darum, Informationen zu teilen und zwar unter beiden PartnerInnen. Und dafür sind Tools einfach total gut und die nehmen einfach auch Mental Load weg, weil so etwas Banales wie eine Erinnerungsfunktion, wenn man das eingegeben hat, dann ist es halt wirklich aus dem Kopf weg, weil ich zuverlässig weiß, das poppt als Erinnerung auf. Zwei Fragen dazu. Die eine ist, wir machen, also man kann das ganz konkret sagen, wir tragen die Essensliste für das, was auch die Kinder essen, wenn sie gut gelaunt sind, in Trello ein, um sie dann in mittlerweile Remember the Milk eine Einkaufsliste zu machen. Ja. Das ist im Buch, glaube ich, noch Wunderlist, was es sozusagen damals gab. Und so, das heißt also, du hast in dem Buch sowohl beschrieben, die technischen Möglichkeiten als auch die Sachen, die wir reinschreiben. Ist es wichtig, dass man das genau macht wie wir oder genau wie es in dem Buch steht, ist es wichtig, das überhaupt zu machen und dann vielleicht das als Inspiration zu nehmen, um dann sozusagen eine eigene Planungsdinge zu erzeugen? Zweiteres. Zweiteres. Genau, weil es geht einfach darum, dass ganz oft Dinge nicht gemacht werden können oder man das selber nicht machen kann, weil einem vielleicht Informationen fehlen. Und da ist es einfach praktisch, sich so Routinen anzugewöhnen. Also beispielsweise Fotos zu machen von irgendwelchen Zetteln, die im Hortbereich, im Kindergartenbereich rumhängen und über Dinge informieren oder was die Kinder so im Schulranzen, was man da so ausgräbt, damit eben nicht die Person, die nachmittags da ist und das aus dem Schulranzen fischt, diejenige ist, die dann Wissensträgerin ist, sondern abfotografiert, irgendwie an einen gemeinsamen Ort abgelegt oder per Messenger geschickt, bedeutet geteilte Verantwortung, weil dann hat eben der Partner oder die Partnerin die Informationen auch verfügbar und das ist wirklich toll als Backup. Und die andere Frage, die ich habe, ist, also wenn ich es mir jetzt selbst behandeln soll, würde ich denken, die Antwort ist nein, aber ich will sie trotzdem stellen, die, jetzt könnte man ja sagen, haha, Wochenplanung gut und schön, aber wenn wir diese ganzen digitalen Tools haben, ist es doch einfach am effizientesten, man schreibt die Sachen einfach daran und redet gar nicht mehr miteinander. Aber weil wir gerade schon gesagt haben, das ganz am Anfang, dass Effizienz nicht das Maß aller Dinge ist, ist es vielleicht nicht die Lösung, aber vielleicht ein Problem, in das man reinlaufen konnte, dass man irgendwann denkt so, ich schreibe es schnell in einen, keine Ahnung, geteilten Kalender und dann damit ist es klar. Ja, also, dass digitale Tools Dinge erleichtern, aber nicht das Menschliche ersetzen und nicht die Kommunikation, das haben wir, glaube ich, die letzten drei Monate alle ganz gut gelernt. Das ersetzt es natürlich nicht. Also, das ist, finde ich, eine Stütze, aber das direkte Gespräch erledigt sich dadurch nicht. Man schafft es tatsächlich manchmal vielleicht im Alltag nicht, dann ist es auch praktisch, dass irgendwo was ist, was ich irgendwie nachgucken kann, aber vorzugsweise sollte man doch noch in direkte Kommunikation treten, um eben solche Dinge zu besprechen, weil es ja auch alle möglichen Ebenen irgendwie gibt, die man da so mitteilt auch. Ich muss gerade ausscheren aus dem Konkreten. Ich habe gerade eine Theorie zur Autorin Patricia Kamerata. Okay, ich bin gespannt. Ist das für die Öffentlichkeit? Ja, vielleicht. Ich glaube, was du machst, ist, du schreibst ein Buch, wo im Grunde genommen drinsteht, redet miteinander. Und das machst du dann aber jeweils zu anderen Themen. Das, finde ich, ist natürlich mein Geheimnis, aber das hättest du nicht spoilern sollen. Oh, verdammt, das tut mir sehr leid. Das habt ihr nicht gesehen, nur ihr exklusive YouTuberinnen-Gesellschaft. Ja, ich glaube, ich habe 17 Abonnenten. Oh, okay, verstehe. So. Aber darf ich, Entschuldigung, ich bin immer noch nicht durch. Du bist immer noch nicht durch. Das Dritte, was wir jetzt auch länger nicht mehr gemacht haben. Ich möchte an dieser Stelle sagen, wirklich eine witzige Diskrepanz, die man auch gleich trainieren kann, sozusagen anbringen. Wir haben eine Vorbereitung. Also wir haben das auch für diese Lesung gemacht, schön digital vorbesprochen, beziehungsweise Patricia hat einen Entwurf einer Dramaturgie gemacht und übergeben. und wir sind jetzt an der Stelle hinter der zweiten Lesung und das irritiert mich nach wie vor nachhaltig. Nee, wir sind immer noch im Block zwei. Also in der Überleitung, oder? Nein, wir sind durcheinander gekommen. Das ist es, oh Gott. Aber seht ihr, wenn man miteinander redet, kann man das rausfinden. Also wir sind jetzt schon im Block drei. Haben Block zwei ausgelassen. Haben Block zwei ausgelassen. Und holen den gleich nach. Und zwar machen wir das in so einer Art. Nach der Werbung, nein. Nee, wir machen jetzt eine Retrospektive, was schon passiert ist. Und das ist auch genau dein Thema. Oh Gott, das ist so eine gute Überleitung. Genau. Wir waren ja ursprünglich dabei zu sagen, wie kriegt man denn diesen ganzen Wust-Mental-Load in den Griff? Und haben gesagt, erst mal so einen Aufschlag, alle Aufgaben, eine Wochenbesprechung. Und gerade aber am Anfang, wenn es eigentlich schon so kracht, ist auch super, wenn man das regelmäßig macht, wenn es nicht kracht. Aber haben wir ja schon gesagt, das lässt man dann, weil es einfach ein zusätzlicher Zeitaufwand ist, doch, also die Frequenz lässt nach, eine Retrospektive zu machen. Das heißt, dass man auf die Meta-Ebene geht und da noch mal guckt, was ist denn gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was ist ganz anders gelaufen, als man dachte. Es gibt viele Aufgaben, von denen man glaubt, wenn ich jetzt das erste Mal dir zum Beispiel gesagt habe, hey, mach doch mal den nächsten Vorsorgetermin bei der Kinderärztin aus, dass dann der Partner, der das noch nicht gemacht hat, denkt, ja super, da plane ich mal fünf Minuten ein, um beim Kinderarzt anzurufen oder der Ärztin, um dann festzustellen, da ist eigentlich immer belegt. Und das Ganze abzuhaken, dauert eine Woche, weil man immer wieder im Arbeitsalltag eben diese drei Minuten finden muss, wo man versucht anzurufen. Das stimmt aber nicht ganz. Es ist nicht immer belegt. Es ist manchmal belegt und wenn nicht belegt ist, geht keiner ran. Und dann geht irgendwann der Anrufbeantworter, der sagt, dass die Praxis aber erst morgen ab 8 Uhr wieder geöffnet ist. Genau, also. Und da ist es halt total gut, quasi dieses im Kopf nachzujustieren, dieses, hey, super Aufgabe, was ist die immer so genervt von dem einen Telefonat, stellt sich raus, dauert eigentlich eine Woche. Und umgekehrt andere Sachen, die man denkt, oh mein Gott, das ist bestimmt total kompliziert, was weiß ich, irgendwie, die Kinder wollen unbedingt für das Kindergartenbuffet, kleine Mozzarella, Tomate, irgendwas Spießchen haben, weil sie die so gerne machen, dass man dann plötzlich entdeckt, sogar das macht mir Spaß, das würde ich nächstes Mal sogar freiwillig übernehmen. So, und das ist halt auch wichtig, da so drauf zu gucken und über Themen zu sprechen, wirklich auch über die guten Themen und über diese Themen, die beiden keinen Spaß machen. Ich sage mal zum Beispiel sowas wie Müll runterbringen, das ist ja auch so ein große Freude. Klassisches Thema, was aus irgendwelchen Gründen quasi für immer am Mann haftet. Also irgendwie sind quasi Männer zuständig für Müll, also zumindest in meinem bekannten Kreis, macht er keinen Spaß, kann man auch mal tauschen und sagen, hier, jetzt drei Monate bin ich nicht mehr zuständig für den Müll. Okay. Genau. Und dann ist man eben wirklich in so einer Planung, dann ist es transparent, dann hat man eine Routine und dann kann man sich kontinuierlich verbessern und dann eben auch immer mehr weg von den Aufgaben hin zu der Verantwortung für den Gesamtprozess. So, und ich würde jetzt mal, also nicht Werbung, aber doch ein bisschen teasen und zwar werden wir gleich darüber sprechen, warum man sich nicht nur über manche Arbeitsverteilung streitet, sondern warum man sich über manche Arbeitsverteilung streitet. Aber bevor wir das machen, die zweite Textstelle. Genau. Und zwar war da eigentlich der Gedanke, die Lösungen sind aufgeteilt in die Dinge, die ich selber machen kann, wo ich eben keine zweite Person brauche und dann das, was ich jetzt vorgezogen habe, was dann nur mit der zweiten Person funktioniert. Und eben... Um es ganz klar zu sagen, also das, was wir gerade besprochen haben, ist, das kann man zu zweit machen oder wie viele Paare auch immer in der Elternebene ihr seid, wie viele Menschen in der Elternebene auch ihr immer seid. Und das andere ist aber auch, in einer Beziehung kann ich schon selber an mir Dinge tun oder mit mir Dinge tun, die möglicherweise das Problem lindern, sage ich mal. Auch ohne Beziehung. Auch ohne Beziehung. Aber auch mit. Auch mit, auch ohne quasi. Also ohne ist klar, weil da ist eh kein anderer da, wie die wichtige Nachfrage war, sozusagen, selbst wenn ich in einer Partnerschaft bin, kann ich auch erst mal alleine sozusagen versuchen, Dinge zu tun. Genau, da gibt es eine ganze Menge und ein Beispiel, weil ich das wirklich wieder auch so gut fand, möchte ich gerne vorlesen. Und zwar heißt der Abschnitt nach dem Warum-Fragen. Einen tollen Text über ständige Selbstoptimierung habe ich im Blog Digitale Tanzformation von Robert Franken gelesen. Darin stellt er fest, dass wir die falschen Fragen stellen, denn wir fragen uns immer, was und auf welche Weise statt warum. Diesen Gedanken fand ich regelrecht erhellend, denn auch ich habe einen großen Optimierfimmel und neige dazu, mir jedes Mal, wenn ich etwas optimiert habe und dadurch Zeit gewinne, eine neue Aufgabe auf die Liste zu packen und dann erneut zu überlegen, wie mache ich es besser, wie kann ich es optimieren. Wie doof das ist, wenn schon optimieren und Zeit gewinnen, dann bitte, bitte nicht neu auffüllen. Gewonnene Zeit sollten wir immer zur Entspannung nutzen, zum Durchatmen. Lasst uns in dieser Zeit unbedingt wichtige Dinge tun, wie auf dem Balkon sitzen und den Bienen beim Rumfliegen zuschauen oder ein Bad nehmen und dann dabei an die Decke starren. Tatsächlich ist die Frage nach dem Warum eine ganz zentrale Frage. Ich will es an einem Beispiel zeigen. Mir ist folgendes aufgefallen. Je kleiner die Kinder sind, desto pompöser sind die Geburtstagsfeiern. Wer kennt's? Es werden dreistöckige Regenbogentorten gebacken, der Tisch wird perfekt dekoriert, es werden mit Gebsel ausgesucht und zusammengepackt und sieben Kleinkinder auf die Party geladen. In meinen Workshops höre ich dann vor allem von Männern, warum macht sich meine Frau diesen unnötigen Stress? Ja, warum? Das frage ich mich nach drei Kindern und ungefähr 15 Jahren Geburtstagsparty ausrichten auch. Denn ich habe das auch gemacht. Und jetzt schaue ich auf meine Freundinnen, die das auch machen und denke, Leute, warum tun wir uns das an? Durch den Artikel von Robert Franken habe ich es verstanden. Wir machen das nämlich gar nicht für die Kinder. Das ist in der Tat völlig sinnlos. Dem Kleinkind ist die Torte egal, dem Kleinkind ist egal, ob die Serviette zur Kerze und zu den Tellern passt. Wir machen das für uns. Wir machen das, weil der ganze fucking Mental Load, die Aufgaben, die Strapazen der Baby- und Kleinkinderzeit endlich mal gelobt und gehuldigt werden müssen. Und niemand huldigt uns, niemand feiert uns. Deswegen feiern wir uns selbst. Und dass das Gesellschaft, also nur, dass das eben gesellschaftlich total verpönt ist. Welche Mutter darf sich denn bitte offen feiern? Sie macht doch 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, nur das, wofür sie geboren wurde, was ihre natürliche Bestimmung ist. Natürlich kann sie sich am Geburtstag des Kindes nicht hinstellen, eine Flasche Sekt aufmachen, sich eine Sahnetorte bestellen und rufen, hey, ihr Nasen, feiert mich, wenigstens heute, am Tag der Geburt meines Kindes. Der Tag, an dem ich das Recht verlor, in Ruhe aufs Klo zu gehen. Der Tag, an dem ich zum Klettergerüst wurde. Tag 730, an dem ich nicht mehr fünf Stunden am Stück geschlafen habe. Das macht man nicht. Deswegen projiziert man den Wunsch auf das Kind und richtet dem Kind eine Feier aus, als gäbe es kein Morgen mehr. Und die Männer schauen Schulternzucken zu und denken sich, warum? Weil man einmal richtig feiern möchte. Weil man einmal irgendwas Cooles machen will, was nicht ohnehin Pflichtprogramm ist, einmal etwas, bei dem man Spaß und Vorfreude an einem Ergebnis arbeiten kann, das alle beklatschen. Irgendeine mega geniale Torte, die auf Instagram Dutzende von Likes bekommt. Stellvertretende Anerkennung, weil es keine gesellschaftlichen Konventionen gibt, nach der sich Mütter gegenseitig feiern. Vielleicht ist das nicht bei allen Müttern so, aber den Leserinnen, die etwas mit diesen Gedanken anfangen können, empfehle ich. Die nächste Feier feiert ihr wirklich für euch. Das Kind wird geherzt, bekommt ein Geburtstagsgeschenk, aber ihr erstellt für das Kleinkind keine Agenda mit Beschäftigung, sondern lässt die kleine Geburtstagsgesellschaft einfach spielen. Ihr kauft keine Mitgebsel, sondern bestellt euch, sofern das das Budget hergibt, eine Torte oder kauft eine tiefgekühlte, da gibt es ja sehr gute, kauft eine Flasche Sekt und ladet eure Freundinnen ein. Und dann macht ihr es euch gemütlich und feiert euch. Denn ja, verdammt, die ersten Jahre mit Kind sind super anstrengend und ihr habt gerade wieder eins abgeschlossen. Und schaut mal auf eure Kinder, wie toll die sind, das habt ihr wirklich gut hinbekommen. Und das, was ihr am Kindergeburtstag macht, lässt sich auf ganz viele andere Themenfelder übertragen. Fragt immer erst nach dem Warum. Warum schleppe ich mein Kind zur musikalischen Früherziehung? Warum muss selbst ein Kleinkind immer saubere Klamotten anhaben? Warum drapiere ich auf dem Sofa und dem Ehebett Zierkissen? Also zumindest in amerikanischen Filmen, oder? Manchmal sind die aufwendige Torte das selbstgemachte Geschenk, das verplante Wochenende auch eine Art Flucht vor dem lästigen und drögen Alltagspflichten. Es lohnt, darüber nachzudenken. Okay. Das heißt, jetzt haben wir sozusagen zwei Dinge abgehakt. Nehme ich das eine Mal die Frage des Warums und nicht ohne Grund übertreiben. Das habe ich auch gelernt. Nicht ohne Grund übertreiben. Und das andere ist, wenn man zu mehrt ist, dann gerne Planen, sichtbar machen und Transparenz Dinge tun. Und das sind zwei sehr große Dinge. Was kann man denn noch machen? Da habe ich auch eine kleine Liste hier vorbereitet. Außer sozusagen alles ganz hart Planen, weil die, wie soll ich das sagen? Also das sind ja, also wir reden bei Mental Load ja zwar über das Ding, was erstmal nur im eigenen Kopf passiert, aber die Dinge, die du jetzt sagst, sind ja entweder die Extrempunkte im Leben oder, also ich meine, man kann es natürlich auch auf den Alltag beziehen, oder aber es ist halt sozusagen dieses, das passiert dann einmal die Woche und da kann natürlich die Hoffnung bestehen, dass dieses sozusagen, man denkt gemeinsam an Dinge dann auch in den Alltag hinein diffundiert, aber gibt es sozusagen eben für den Alltag, also für jede Minute sozusagen das täglichen Leben ist auch noch ein paar Tipps auf deiner Liste? Ja. Zufälligerweise? Zufälligerweise. Zufälligerweise. Eine Sache, die Kinder uncool finden an meinem Buch ist das Kapitel über Kinder mit einbeziehen. Das finde ich sehr amüsant, weil es gibt ja mein anderes Buch 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Da sehen Kinder oft das Cover und sind sauer, dass die Eltern das gekauft haben, dann stellt sich aber raus, das Buch ist ja eher pro mal die Kinderfragen und so weiter, dann sind die so ganz versöhnt mit Patrizia Kamerata. Wenn die gleichen Eltern sich dann das Mental Load Buch kaufen und da dann drinsteht, Kinder mit einbeziehen und die sollen auch Dinge machen und zwar fest und eben an ihre eigenen Dinge denken, aber auch wirklich in dem System Familie einfach Themen übernehmen, dann ist so, mach das Buch weg. sehr lustig, aber ist ja sozusagen also die, das ist wahrscheinlich, meine Vermutung wäre, das ist was, das zahlt sich langfristig aus. Das ist erstmal Stress, oder? Also gerade, wenn man es umtrainiert, wenn sozusagen, wenn von alles wird gemacht und der Tisch ist immer gedeckt und magischer Art und Weise sind die Schulsachen ordentlich. Genau, also wenn der Bruch kommt, wenn die Kinder schon relativ groß sind und das gewöhnt sind, in so einem Dienstleisterhaushalt zu leben, dann ist natürlich uncool, plötzlich irgendwie die Dinge selber machen zu müssen. Aber wenn man jetzt noch kleine Kinder hat, die haben ja einen ganz großen Drang einfach, die wollen ja alles machen, was die Erwachsenen machen und dann wollen die auch mithelfen und das ist aber dann für die Erwachsenen am Anfang so ein bisschen schwierig, weil man kennt das ja, wenn das Kind irgendwie mitbacken will, so ein Kleinkind will auch einen Kuchen machen, dann stellt es sich erstmal auf so einen Hocker und dann kommt das ganze Kilo Mehl aus einem Meter Entfernung so zur Hälfte in den Topf. Also ist am Anfang noch nicht so viel gewonnen, aber wenn man das kontinuierlich macht, dann bauen die Kinder da eben auch konsequent Kompetenzen auf und wenn die dann so 10, 11, 12, 13 sind, dann können die wirklich erstaunlich viel und man bringt vor allem auch bei, dass das Backen eben nicht nur ist, dass Zutaten zusammenwerfen, sondern dass es auch ist, das Vorbereiten und dass es auch ist, die Küche hinterher sauber zu machen und dass das geht und das kann man üben und das entlastet auch und das macht die Kinder selbstständig und das fängt wirklich schon im Grundschulalter an und da gibt es ja manchmal auch wirklich da schon so ein geschlechterspezifisches Gap, in was Kinder können, also Stichwort Schullandheim, kann man gerne mal gucken, wie viele Jungs zum Beispiel Bettbezüge aufziehen können, in der Regel können das Mädchen und die machen das dann für die Jungs und das kann man Jungs einfach auch schon zeigen, das ist einfach uncool, das nicht zu können. Aber apropos ein Kilo Mehl aus einem Meter Entfernung auf halb in den Topf werfen, das ist ja bei Kindern, kann man da nachsichtig sein, weil ja ganz klar ist, die wissen es einfach noch nicht besser. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man so eine Durchschnittsfamilie, wie du statistisch sozusagen aufgewiesen hast, eine hat immer alles gemacht, eine hat immer alles gemacht, eine hat also andere Dinge gemacht, sage ich mal diplomatisch und dann einigt man sich jetzt drauf, das muss anders werden. Dann stelle ich vielleicht auch aus eigener Erfahrung zwei Dinge sozusagen, könnte man zwei Fragen, könnte man stellen, das eine ist, jemand, der noch nicht so viel Ahnung von irgendwas hat, weiß auch nicht, wie das am besten geht. Und dieses am besten hat ja zwei Bedeutungen, das hat der eine sozusagen, muss es genauso sein und eine ist, gibt es so eine Art Dispense, Absolution, das ist natürlich, wenn man es erst zum ersten Mal macht und nicht zum 300. Mal, dass man dann sozusagen nachsichtig ist. Sollte man dann immer reingehen und sagen so, hier, das musst du so und so machen, darf der andere fragen oder ist das dann schon wieder zu viel Mental Load? Also wie gestaltet man diese hoffentlich für alle beteiligten Übergangsphase? Ja, es ist ein schmaler Grad, würde ich sagen, an den beide Partner, die da was dran ändern wollen, eben lernen müssen. Also sprich, es gibt schon sowas für bestimmte Themen, dass dann der eine oder die eine Partnerin wirklich einen Kompetenzvorsprung hat, sprich, man kann das viel schneller beispielsweise. Und wenn jetzt jemand neu anfängt, das zu machen, dann gilt es wirklich, sich zurückzunehmen und eben nicht ungeduldig dazustehen und zu sagen, komm, dann mache ich das mal schnell, weil dann wird der, die andere nie besser. Und das Kapitel heißt bei mir, diese 200 Sachen sind mir wichtig, dass man natürlich auch eine Vorstellung entwickelt hat, wie was optimal und genau richtig funktioniert und wie das auch gemacht werden sollte. Aber die Wahrheit ist, es gibt diesen perfekten Ziel Zielzustand nicht. Man kann sich, finde ich, auf Mindeststandards einigen und sagen, pass auf, wenn du das jetzt übernimmst als Thema, was weiß ich, Schuhe kaufen, dann wollen wir über die drei Sachen sprechen, nämlich Budget, also bis x Euro wäre cool, Saisonalität, wir sprechen hier von Winterschuhen, das heißt, die sollten warm sein und irgendwie gepolstert sein und drittens, sie passen dem Kind, ohne dass es drückt. Und das ist dann der Mindeststandard und wenn der erfüllt ist, sagt man einfach nichts. Nicht mal, wenn es Clownschuhe sind? Wenn das Kind die anzieht und die sind warm und wasserdicht, dann, finde ich, muss man wirklich lernen, nichts zu sagen. Was mit Bratkartoffeln? Bei Bratkartoffeln ist es ähnlich. Also bei Bratkartoffeln gibt es natürlich schon ein richtig und ein falsch, also roh und gewürfelt und auf gar keinen Fall anders. Gut, also falls ihr Bratkartoffeln machen solltet, kann ich euch empfehlen, kocht sie vor und schneidet sie dann in so größere, längliche Stücke, das wird viel, viel besser, aber das wird vielleicht mal eine eigene Lesung aus den Bratkartoffeln. Ich habe das tatsächlich als Textstelle rausgesucht, jetzt bist du vorgeprescht. Also wenn du möchtest, geben wir es zum Besten, was wir privat mit Bratkartoffeln am Hut haben. Wie heißt es im Englischen so schön? Choose your battles. Da gab es auch eine Ergänzung, wisely. Man muss und kann nicht alle Kämpfe führen und gewinnen, deswegen fragt euch, wo wollt ihr unbedingt mitbestimmen, wo ist es wichtig, dass das Ergebnis eine bestimmte Ausprägung hat und die wichtige Frage ist tatsächlich, wo nicht. Macht euch beispielsweise eine Liste, markiert sie farblich. Bei Rot besprecht ihr den Rahmen und erläutert auch, warum es wichtig ist, dass das Ergebnis so nicht anders ist. Orange heißt, ihr sagt erst mal nichts und schaut, ob ihr mit einem anderen Ergebnis leben könnt. Grün heißt, das Ergebnis kann so oder so sein, ihr werdet es einfach annehmen. Schauen wir zum Beispiel auf den Vorgang Kinder abends ins Bett bringen. Da ist für mich der Punkt Zähneputzen rot, Orange der Zeitkorridor so ungefähr zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr und grün. Das Kind trägt einen Schlafanzug. Diese Differenzierung muss man als ehemalige Hauptverantwortliche üben. Die roten Themen zu finden, ist in der Regel viel leichter, als die grünen zu identifizieren. Aber es ist eben nicht alles gleich wichtig. Weder für euch noch für den Partner und auch nicht für die Kinder. Mein Partner faltet Wäsche anders als ich. Er faltet sie viel genauer und streicht jedes Teil sorgfältig aus. Insgesamt hat dann die Wäsche weniger Falten. Er hat aber noch nie an meiner Art Wäsche zu falten rumgemäkelt. Beim Wäsche waschen wiederum hat er mich gebeten, seine Motivshirts immer auf links zu drehen und nicht wärmer als 30 Grad zu waschen. Eigentlich hätte er auch gerne, dass ich sie nicht mit 1400 Umdrehungen, was ich sehr effizient finde, schleudere, aber mir ist dann die Wäsche zu nass. also schleudern wir mit 1400 Umdrehungen, waschen auf links und mit 30 Grad. Wir haben eben gelernt, Prioritäten, über Prioritäten zu reden und vor allem nehmen wir einander ernst. Er liebt seine Motivshirts, also behandle ich sie extra pfleglich. Genauso kommt er mir bei anderen Themen entgegen. Es ist wichtig, dem Partner zu ermöglichen, eigene Lösungen zu entwickeln und seinen eigenen Stil zu fliegen. Der Clou liegt darin, sich vorher auf Mindeststandards zu einigen. Macht das mit Hilfe des vorher beschriebenen Ampelsystems oder einfach, indem ihr euch unterhaltet. Es ist eben wichtig, Weg und Ziel zu unterscheiden. Denn wenn ihr euch über die Ziele geeinigt habt, also Rom, dann kann jeder seinen Weg dorthin frei wählen. Einen Zahn muss ich leider noch ziehen. Wenn man es geschafft hat, sich auf gemeinsame Standards und Ziele zu einigen, heißt es leider nicht, dass die für immer gelten. Die Rahmenbedingungen ändern sich und die Kinder werden älter, der Job wandelt sich, ihr habt plötzlich eine Katze und zwei Hamster, all das spielt eine Rolle. Ihr müsst also kontinuierlich im Gespräch bleiben, ob das Ziel wirklich noch Rom lautet. In einem Workshop zum Thema Mental Load hat mir ein Mann erzählt, dass er die Aufgabe bekommen hatte, das Abendessen zu machen, weil seine Frau sich mit ihrem Aufgabenspektrum überlastet fühlte. Weil er tatsächlich nicht zu Koch erfahren war, hat er sich für Rührei entschieden, Rührei mit Petersilie. Die Kinder haben das Rührei ohne weiteren Kommentar gegessen. Die Frau machte den ganzen Abend Scherze, weil man keine Petersilie auf Rührei mache. Das wüsste doch jeder Mensch, da kommt Schnittlauch drauf. Der Mann hat sich dadurch herabgesetzt gefühlt, zumal es seitens der Kinder überhaupt gar keine Beschwerden gab. Jetzt kann man an dieser Stelle berechtigterweise den Kopf schütteln. Ganz tief in mir weiß ich aber, dass ich dieses Verhaltensmuster auch in mir trage. Wenn mein Partner Bratkartoffeln macht, schneidet er sie in Scheiben. Ich würfle Kartoffeln. In Scheiben schneiden ist total falsch. Was für ein Mensch schneidet eigentlich Bratkartoffel in Scheiben? Wir schneiden sie in Würfel. Schon immer, Markus. Natürlich ist mir bewusst, dass dieser Gedanke totaler Unsinn ist. Niemand stirbt, wenn man Kartoffeln in Scheiben schneidet. Nicht einmal die Kinder, die beim Essen wirklich sehr anstrengend und wählerisch sind Meckern darüber. Also halte ich meinen Mund. Ich laufe am besten nicht durch die Küche und halte mich von meinem Partner fern, während er kocht. Denn der kennt mich und er kennt auch meinen Oh mein Gott, er schneidet die Kartoffeln in Scheiben Blick. Ich sende diesen Blick natürlich nicht absichtlich, aber ich sende ihn und er spürt ihn auch ohne mich anzuschauen. Also ersparen wir uns das beide und ich lasse mich nicht mehr in der Küche blicken. Wenn wir dann essen, konzentriere ich mich bewusst darauf, dass ich heute nicht kochen musste. Yay! Und das Essen natürlich schmeckt. Yay! Anders, aber lecker. Und wenn die Kinder mal rumnölen, dann gibt es einen Spruch von Großmutter, einmal kann ein Kind auch Gerichteinfügen essen und den Hinweis, dass sich jeder gerne eine Stulle als alternatives Abendessen schmieren kann. Egal ob Rührei mit Petersilie oder Bratkartoffeln in Scheiben, wir werden es überleben. Und am Ende wird vielleicht genau diese Variante das neue Leibgericht der Familie. Damit muss man dann klarkommen. Fragt gerne mal meinen Partner, was für ein Gesicht ich gemacht habe, als unsere Kinder eines Abends verkündet haben, dass seine Bolognese besser schmecken würde als meine. Was ich bis heute nicht verstehe. Das Geheimnis ist Knoblauch. Die Kinder essen Knoblauch? Sie dürfen es nicht wissen. Aber das Geheimnis ist, dass bei der Bolognese eine Knoblauchzehe drin ist. Das ist natürlich auch falsch, aber gut. So. Ja. Also, es lässt sich ja wirklich sozusagen zusammenfassen als Gemeinsamkeit. Und das ist auf vielen Ebenen schwierig. Und ich finde witzig, dass man an dem Buch dann sozusagen auch bemerkt, die Diskussions oder sozusagen die Ebenen, die so eine Beziehungswandlung dann durchmacht. weil also vom Durchschnitt her gesehen, der macht ja gar nichts. Und dann aber auch merken, es ist aber auch schwierig, ihn machen zu lassen und dann dahin zu kommen, dass man sozusagen das vorher bespricht und dann hinterher auch mal fünfe gerade sein oder Kartoffeln und Scheiben, ich weiß, nein, auf gar keinen Fall, sein zu können. Die, was ich vorhin angeteasert hatte, übrigens, das finde ich auch noch ganz wichtig, witzig, weil ich hätte nie gedacht, dass man sich sozusagen über sowas streitet oder, was heißt streitet, aber sozusagen in ein Gefühl kommt, dass einem Konflikt nicht fern ist, es gibt halt auch, es gibt ja immer Aufgaben, den Biomüll runterbringen, will man möglichst nicht machen, einigt man sich aber oder halt Kochen, den Wocheneinkauf, was auch immer, aber es gibt dann auch Sachen, wo man, die will man machen und die will der andere aber auch machen, da muss man sich auch einigen, wer die Geburtstagskarten schreibt. Ja, das ist, glaube ich, übrigens auch ein nicht zu unterschätzendes Thema, dass man auch eben die Sachen abgibt, die einem Spaß machen oder nicht abgibt, sondern wenigstens irgendwie teilt. Dieses, also, wie soll ich das sagen, also das ist, das ist natürlich eigentlich sozusagen sollte, dass alles, also dieses Mental Load und raus aus dieser Falle, Motivation genug sein, weil man möchte ja, wenn man in einer liebevoll zueinander zugewandten Beziehung ist, dass der andere wirklich wenig gestresst ist und dass man den Stress sozusagen halt zugleich verteilt. Gibt es trotzdem noch Vorteile, die du benennen kannst, wenn man das geschafft hat und man sagt, das ist auch etwas, was man erlebt? Also ist zum Beispiel, hast du ja auch gesagt, wenn man, also wenn man am Anfang, wenn man durch Effizienz Zeit gewinnt, dann soll man nicht neue Aufgaben reinstecken, sondern halt irgendwie die Decke angucken oder auf dem Balkon, auf die Blumen klotzen. Lässt dir das auch auf die Paarbeziehung übertragen? Also schafft man sich auch als Paar Freiraum und klotzt dann gemeinsam an die Decke? Genau, also das auf jeden Fall, das ist ja auch ein riesiges Thema, gerade wenn die Kinder neu in der Beziehung irgendwie sind, wo ist da eigentlich die Paarzeit? Und da, das ist wirklich schwer, aber die kann man sich eben im Kleinen abknapsen. Und da hilft eben dieses Teilen, Sachen weglassen. Es gibt ja von Marc-Uwe Kling zum Beispiel das Känguru, das eine Not-To-Do-Liste hat. Wenn man die eifrig pflegt, dann bleibt Paarzeit übrig. Und da fängt man auch an klein zu denken, dass man also nicht sagt, wir machen einmal im Jahr zwei Wochen alleine Urlaub oder so, sondern dass man wirklich, das auch im Alltag, also eben diese halbe Stunde, die man gewinnt, dass man da irgendwie, keine Ahnung, ein Eis zusammen essen geht oder wenn das irgendwie die Arbeitsplatzsituation erlaubt, dass man sich zum Beispiel zum Mittagessen trifft und solche Dinge, also im Kleinen einfach, dass man wirklich weg von diesem Effizienzgedanken, dass man also sagt, boah, das lohnt sich ja gar nicht, jetzt so 20 Minuten sich da abzuknapsen, sondern oder, es geht ja auch effizienter, man muss doch jetzt nicht zusammen die Kinder in den Kindergarten bringen oder so, sondern das Gegenteil, nämlich zu sagen, doch, wir machen Dinge ganz viel zusammen, weil dieses Parallel-Dinge-Machen, das verbindet, das kann eben auch Paarzeit sein. Und das hat aber auch den Vorteil, dass man die ganzen Informationen sammelt, die man eben normalerweise nur die eine Person hat, die es macht. Und das andere ist, neben der Zeit, die man als Paar hat, ist es auch super wichtig, aus der gewonnenen Zeit eben Zeit für sich selber zu gewinnen und das vor allem auch ohne schlechtes Gewissen und ohne ein schlechtes Gefühl. Das kenne ich tatsächlich eher auch von Frauen, die sagen, das ist ja nicht so, dass mein Mann mir irgendwie verbietet, dass ich mal ein, zwei Stunden die Woche für mich habe, aber man kriegt es dann irgendwie nicht organisiert oder man fühlt sich irgendwie schuldig und schlecht und da dann auch wirklich einen Termin in den Terminkalender machen, um das wirklich dann auch wie alle anderen Termine gleichwertig irgendwie dastehen zu haben und dann nach und nach eben lernen, dass es den Kindern auch gut geht, ohne einen selbst, weil es einfach eine zweite Person gibt, die sich genauso gut um die Kinder kümmert, wie man selbst und dann kann man ohne schlechtes Gewissen diese Zeit genießen. Und ich glaube auch, das ist für den anderen halt ganz, ganz schön, also ich kann es ja selber ganz schlecht sagen, weil ich ja kein leiblicher Vater bin, aber in diesen Durchschnittsbeziehungen, von denen du berichtest, gibt es ja immer auch, also ich habe das zumindest im Ohr, dieses, aber die wollen ja die Mama, ich komme ja gar nicht ran und das ist auch so ein bisschen bedauern, dass da Beziehung fehlt, aber das entsteht ja dann wahrscheinlich dadurch auch. Genau, also klar, Beziehung entsteht auch durch einzelne emotionale Erlebnisse, die man miteinander hat, aber ganz, ganz viel einfach durch Zeit. Und das ist auch ein Grund, warum quasi man anders verhandeln sollte, Haushalt und Kinder, also weil alles, was um die Kinder herum ist, da spielt der Zeitfaktor eine Rolle, weil daran eben die Beziehung hängt und man dann als Vater auch schaffen kann, quasi gleichwertiger Elternteil zu sein. Wir haben das ja auch umgelernt, von Ma, also Mama, dass man sich dann taub stellt und dann wird irgendwann ein Ma-Kuss draus und das klappt dann gut und eigentlich ist es eben, dass die Kinder sich umgewöhnen, nicht immer den einen Partner, einen Elternteil zu adressieren, weil sie wissen, das haben sie alles beim anderen auch. So, ich glaube, wir sind durch, oder? Also nicht mit dem Buch, aber mit der Lesung jetzt. Ja. Ich würde noch gerne zwei Sachen sagen. Das eine ist, das Buch hat ganz wunderschöne Illustrationen. Das ist eine, die mir sehr, sehr gut gefällt zum Beispiel. Wer hier ist das? Schnick, schnack, schnuck. Ja. Liegt gar nicht daran, dass ich da sehr gut drin bin. Von wem sind die nochmal? Teresa Holtmann, Fräulein Motte, wenn man ihr folgen will. Und das kann ich wirklich, wirklich sehr empfehlen. Also ich liebe die Zeichnungen total, weil das halt nicht diese glatt gebügelten, fern aller Familienrealität, sondern die sind alle immer sehr beschwingt und haben Flecken auf dem T-Shirt und Beinhaarstoppeln und so. Und da kann zumindest ich mich sehr gut mit verbinden. Und das andere ist, das ist ja trotz aller unterhaltsamen Stellen auch ein Sachbuch. Ja. Ein Sachbuch hat eine Quellenliste. Die Quellenliste sieht so aus. Es sind sehr viele URLs, aber du hast etwas vorbereitet. Genau. Es gibt einen Blogbeitrag, den ich dann verlinken kann. Und da sind alle Quellen klickbar drin, weil drei Monate Homeschooling hat uns zwar sehr geschult, URLs von PDFs abzutippen, weil die leider nicht klickbar sind, aber das muss ja nicht sein. So. Patrizia Kamerata, raus aus der Mental-Lotfalle, 224 Seiten zum Preis von 17,95 Euro. Wo so AutorInnen haben ja heutzutage Vorlieben, wo man ihre Bücher kauft, die ist bei dir. Ja, also die Millionen erreichen mich, vor allem beim E-Book. Und als zweites, es gibt neu eine Plattform, geil, jetzt habe ich die vergessen. Autorenwerkstatt, Verlags, Dingsbums, irgendwas? Warte. Ich glaube einfach Autorenwelt. Autorenwelt. Genau. Es ist eine neue Plattform, die AutorInnen mit sieben Prozent, glaube ich, beteiligt von dem, was normalerweise dann eben der Händler irgendwie bekommt. und das schockiert zwar viele LeserInnen, aber das ist sehr großzügig. Gut. Also kann ich auch gerne die Links noch posten. Das ist dann nicht der böse große Versandhandel und ansonsten einfach völlig legitim den lokalen Buchhandel unterstützen. Die haben es gerade jetzt auch aus der Corona-Zeit nicht einfach gehabt. Wenn man so mehr als 24 Stunden warten kann, was ja total zu verschmerzen ist, dann gerne dort. Wenn man sich aber auf der großen Plattform rumtreibt, gerne eine Rezension da lassen. Genau. Das ist sehr, sehr hilfreich und das kann man auch machen, wenn man das Buch woanders gekauft hat. So, damit ist der Werbeblog beendet. Wir sind am Ende der Veranstaltung angekommen. Was ist dein nächstes Buch? Wie, du bringst in drei Monaten nicht dein nächstes Buch raus? Ich bin erst mal durch, glaube ich. Die Patrizia-Kamerada-Autorin-Maschine. Nein. So, also lest das Buch, lest das andere Buch und lest das andere Buch und wenn ihr damit durch seid, lest das Blog. Dasnuf.de ist die Webseite, dasnuf ist der Instagram-Kanal, dasnuf ist der Twitter-Kanal. Twitter-Kanal? Hast du was mit digitale Medien? YouTube gibt es jetzt auch? Ja. Auch unter das Nof? Ne, Dover weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welcher Amateur das gemacht hat. Das ist unter Patrizia-Kamerada, einfach damit man ein bisschen suchen kann auch. Und Twitch? Das ist das Nof wieder, ne? Das ist das Nof. Da gibt es die andere Lesung, nämlich vom nur 30 Minuten Buch. So, das war es jetzt. Wir bleiben hier noch ein bisschen sitzen und schauen schön in die Kamera, beschließen aber damit die Sendung. Das letzte Wort gebührt noch dir, falls du eins sagen möchtest. Ich möchte eins sagen. Mir ist wirklich ganz wichtig, bei dem Thema geht es nicht um Schuld. Du hast es gesagt, es geht um Partnerschaftlichkeit und darum, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Und deswegen ist das auch kein männerfeindliches Buch, sondern ein partnerschaftliches Buch. und ich habe tatsächlich ein bisschen immer die Hoffnung, das, was ich schreibe, dass das Dinge zum Guten bewegen kann. Und deswegen ist mir das Thema Mental Load auch nochmal extra wichtig. Ich bin befangen, aber ich glaube, das geht. Gut. Gut. Na dann, viel Spaß beim Lesen und tschüss. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.